Hey Shepard, hier drüben. Danke für das Treffen. Schön, dass Sie okay sind. Ich dachte genau dasselbe. Hey Jacob, ich hab keine Credits mehr. Wer sind die? Ihre Eltern werden vermisst. Hab sie freiwillig übers Wochenende genommen. Zur Ablenkung. Was ist mit uns Shepard? Es gibt doch bestimmt ein Spiel, das nur noch auf uns wartet. Gehen wir's an. Super. Das soll unser Spiel sein? Ich werde versuchen sie nicht loszustellen. Echt jetzt? Blöde Sprüche? Bei Shattered Isos? Ja verdammt, mein Stolz steht auf dem Spiel. Die Kids sehen zu mir auf. Ich muss sie also schlagen. Sie und mich schlagen? Glaube ich nicht. Dann viel Spaß Shepard. Aber passen sie auf. Jetzt kann ihnen ihr Trupp nicht helfen. Kein Problem. Kein Stress Shepard. Diese Leute vergöttern sie bereits. Es ist egal ob sie versagen. Sie bedrängen mich. Echt? Mein Fehler. Alle zurücktreten. Shepard braucht viel Platz, damit seine Magie wirken kann. Bereit? Also dann. Oh, wir müssen wirklich spielen. Zum Glück muss keiner ihrer Freunde das mit ansehen. Wie funktioniert denn der Spaß? Soll das alles sein? Na los, na los, na los. Okay. Ich muss mal einer erklären, wie das geht. Achtung Shepard. Spüren Sie das? Das ist der nahende Untergang. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, das Spiel. Erklärt mir doch mal bitte einer die Steuerung. Ich kann bloß draufhauen. Ich weiß nicht, wie die Steuerung funktioniert hat. Tut mir leid. Gab es noch mehr als Schlagen und Abwehren? Also irgendwie hat der ja noch einen aufgeladenen Schlag gemacht, aber keine Ahnung wie der geht. Egal. Haben wir eben mal verloren. War natürlich reine Absicht, um ihn nicht zu blamieren. Nicht mein Tag. Glückwunsch, Jacob. Ah, Sie haben mich gewinnen lassen. Genau. Na los, Shepard. Essen wir was? Ich lade Sie ein. Natürlich habe ich ihn nur gewinnen lassen. Was sollte es sonst sein? Als ob mich irgendjemand schlagen könnte. Also wirklich. So, dann schauen wir nochmal hier drüben nach im Silver Coast, denn ich würde denken, hier müsste auch noch jemand auf uns warten. Ashley, kann das sein? Ich glaube Ashley war hier, ne? So, gucken wir doch einfach mal, wo sie sich denn versteckt. Oben an der Bar? Würde mich bei der Schnapstrossel nicht wundern. Ja, natürlich. Wo sonst? Ich suche eine Lieutenant Williams. Danke. Da sind Sie ja. Finden wir raus, wer der echte Specter ist und wer der Heuchler? Wie Sie meinen, Williams. Aufstellen. Das wollte ich hören. Einfache Regeln. Ich ein Glas, Sie ein Glas. Wer zögert, hat verloren. Das dürfte nicht lange dauern. Glamouröse, schöne, Superstar-Specter-Agentin zuerst. Und schon wieder ein Schwanz-Vergleich. Ich nehme Rücksicht, damit Sie sich keine Nagel abbrechen, Prinzessin. Ich habe gesehen, wie Sie mit Drinks klarkommen. Riesensauerei. Das ist ewig her. Nicht lang genug. Ich hätte mehr erwartet. Die besten Moves kommen erst später. Die besten Moves? Betrunken haben Sie wenigstens eine Ausrede beim Tanzen. Bum. Immer weiter. Ich kann das die ganze Nacht. Das müssen Sie auch. Das war eine gute Idee. Ja, war es. Bereit für Runde zwei? Her damit. Mein Freund mag die von der Allianz nicht. Äh, Kumpel, wir sind gerade schwer beschäftigt. Ich mag die von der Allianz auch nicht. Vertagen? Ja. Irgendwie läuft es bei den Soldatenleuten immer auf einen Schwanz-Vergleich hinaus, ne? Mit James auch schon. Naja, gut, was soll's. Ich frage mich, ob dieses zersplitternde Glasgeräusch die Zähne des Watchers waren. Erschien mir bald so. Gut, ich weiß nicht, ob wir damit jetzt schon alle durch hatten oder ob noch irgendjemand fehlte. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Willkommen im Silvercars Casino. Ich geh nochmal ganz kurz da drüben rein. Und schau nochmal kurz, ob hier noch irgendjemand angezeigt wird, wenn wir drinnen sind. Aber ich glaub nicht, ne? Ne, sieht nicht so aus. Achso, Samantha fehlt noch dies im Apartment. Stimmt ja. Also noch einmal zum Apartment zurück. Ich hoffe, jetzt ist es das letzte Mal. Weiß nicht, ob sonst noch jemand fehlt, mit dem wir noch kein Treffen hatten. Ich mein, Rex hatten wir, glaub ich, noch nicht, ne? Aber ansonsten nicht. Na gut, wir werden sehen. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir dann so langsam durch wären. Denn es ist zwar ganz cool, aber es nervt ein bisschen, dass die so kleckerweise alle ankommen mit ihren Treffen. Es wäre eigentlich schöner, wenn alle zusammen gleich mal sich melden würden und wir dann alle auf einmal abarbeiten könnten. Fände ich irgendwie günstiger zumindest. Wir haben eine neue Nachricht. Na dann, schauen wir doch mal rein, was es gibt. Und erste Nachricht, dann die Einladung. Oh, hör, eine Nachricht ist gut. Beauty-Ball-Freundschaftsspiel von Steve. Shepard, die Seattle Sorcerers bestreiten ein Beauty-Ball-Spiel gegen die Usaro Maestros. Das wird bestimmt episch. Sie haben seit kurzem ein Apartment mit einem schicken Videobildschirm. Zufall? James und ich sind anderer Ansicht. Sie stellen die Couch und wir sorgen für Erfrischung. Geben Sie uns einfach Bescheid. Wow, echt krass, wie viel es hier gibt. Hier, Mom, bitte um Rückruf. Von Hannah Shepard. Schätzchen, wir haben lange nicht mehr miteinander gesprochen. Zu lange. Admiral Hackett hat mich für die Arbeit am Teagle rekrutiert. Keine Ahnung, ob du das schon wusstest, aber dort bin ich jedenfalls zu finden. Könntest du mich bitte anrufen, wenn du mal Zeit hast? Ich würde wirklich gerne mit dir reden. Mom. Und wie geht es Ihnen von Samara? Shepard, Sie waren heute schon wieder in den Nachrichten und da dachte ich, ich schreibe Ihnen mal und erkundige mich, wie es Ihnen geht. Ich bin im Moment auf der Citadel, wenn ich Ihnen also irgendwie helfen kann, dann zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. Einiges an Treffen wahrscheinlich wieder. Und ich schaue mir uns gleich an. Ich mache nochmal eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Und los geht's. Was haben wir denn da so einen schönen Treffen hier? Mom anrufen. Okay, jetzt ist alles hier mit drin. In welcher Reihenfolge machen wir denn das? Ich würde sagen, Mom rufen wir als letztes an. Fangen wir doch mal mit Samara an. Los geht's. Normandy. Die Aussicht hat nicht denselben Effekt wie eine Galaxie voller Sterne. Aber ich verstehe die sentimentale Anwandlung. Ich mochte unsere Gespräche auch. Sehr sogar. Sehen Sie mal. Eine alte Ausgabe von Große Justikarinnen. Mai 2140. Hier steht, Sie hätten auf Nevos 50 Flüchtlinge über eine Sintflut gehoben, nachdem Schmuggler einen Damm gesprengt hatten. Diese Quelle übertreibt hin und wieder ein wenig. Sind Sie auch nicht fast ertrunken, als Sie ein Kind retteten, das der Mutter Interessen worden war? Für die Schmuggler war mein Überleben weniger schön. Gibt's noch mehr solche Geschichten? Vielleicht. Lesen Sie mal die Ausgabe vom Juni 2085. Justikarin Samara. Kaltblütige Gerechtigkeit läuft heiß. Für mich ist es leichter, Geschichten über Sie zu finden. Ich finde Sie bemerkenswert, Shepard. Wenn die Videos ein hoher Lied auf Sie anstimmen, werden sie dann rot? Stimmen Sie zu? Was empfinden Sie dabei? Es macht mich demütig. Aber wenn Leute glauben, dass ich etwas verändere, dann motiviert das mein Team und mich. Was jetzt? Ich finde es schön, so Shepard. Sitzen wir einfach hier, auch wenn es nichts zu sagen gibt. Mal ein etwas anderes Treffen. In Stille und Geruhsamkeit. Und Samara scheint auch gleich gegangen zu sein, ne? Sie ist nicht mal hier mit anzutreffen. Na gut. Es sei denn, sie hat sich irgendwo oben versteckt. Das traue ich ihr auch zu. Ich muss sagen, ich mag Samara total. Eigentlich ist es relativ schade, finde ich, dass man mit ihr keine Beziehung eingehen kann. Andererseits passt es natürlich auch wieder. Weil sie ja im zweiten Teil klar zu verstehen gegeben hat, wie ihre Gedanken so sind. Und dass sie das halt nicht zulassen könnte, so ungefähr. So. Schauen wir mal rein, was machen wir denn als nächstes. Ich würde sagen, gucken wir erstmal ein bisschen, wie ist das, Beauty Ball mit Cortez und James zusammen. Los geht's. Okay. Entschuldigung, dass wir zu spät sind. Jemand hat vergessen, das Silvester mitzunehmen. Kommen Sie rein. Dieser jemand waren Sie. Habe ich nie geleugnet. Wann beginnt das Spiel? Es geht gleich los. Seattle Sorcerers gegen Yuzaro Maestros. Das bedeutet Piotiball der härteren Sorte. Nein, ist nur ein Freundschaftsspiel für die Truppenmoral. Das gehen die entspannt an. Mitten im Krieg, wenn die Armee zuschaut? Sie werden alles geben. Absolut. Haben Sie Derek Rogers spielen sehen? Mann, er und die Sorcerers gehen echt in die Vollen. Esteban, die Maestros verlieren nicht. Haben Sie Tyratis Sannes spielen sehen? Die Frau ist ein blauer Blitz. Mr. Vega, Ihre Vorliebe für das Asari-Team hat mehr mit deren Aussehen als mit ihrem Können zu tun. Hey, das stimmt nicht. Äh, nicht ganz. Außerdem ist offensichtlich, dass Sie einige der Sorcerers auch heiß finden. Okay, okay. Bekenne mich schuldig. Für wen sind Sie, Shepard? Ich weiß nicht. Was meinen Sie beide? Die Seattle Sorcerers sind eins der wenigen letzten Menschenteams. Sie waren beim Angriff auf die Erde auf Tour. Seit sie Donna Novotny von den Hackers gekauft haben, sind sie völlig unbesiegbar. Ja, stimmt. Aber die meisten Maestros haben schon vor dem Erstkontakt gespielt. Sie werden gewinnen. Die Sorcerers haben die Maestros noch nie geschlagen. Aber sie waren auch noch nie so hungrig. Also, Shep, wer wird gewinnen? Äh, keine Ahnung. Sind wir doch mal für die Menschen. Einfach nur, weil wir auch Mensch sind. Man muss ja ein bisschen Patriotismus zeigen. Man wettet nicht gegen das Heim-Team. Mr. Vega, ich hoffe, Sie geben kleinen Ball. Wann hat sich unser Commander je geirrt? Ruhe jetzt. Das Spiel fängt an. Mierda, der war draußen. Du bist blind, Schiri. Juhu! Ja, geschafft! Her mit der Kohle. Hey, warum durfte ich nicht mitwetten? Wir haben eigentlich nicht darauf gewettet, wer siegt. Sondern darauf, ob Sie den Sieger vorhersagen. Und jeder weiß, dass man nicht gegen Shepard wettet. Wie auch immer. Es war ein tolles Spiel. Ja, ein schöner Abend. Danke, Shepard. Gerne geschehen. Es ist schon spät. Hasta luego. Ich hätte nur gerne noch was vom Spiel gesehen. Mich hätte mal interessiert, was Beauty Ball eigentlich darstellen soll. Aber gut, warum nicht? Also, wir sehen, wir haben hier einiges an Treffen, die auch mal kleinerer Natur sein können. Mal ein bisschen klein und entspannt ausfallen können. Finde ich aber eigentlich ganz witzig. Dadurch zieht es sich natürlich nur ganz schön in die Länge. So, wollen wir mal Koljart einladen und die Totenmesse für Thane abhalten. Mitglied kannte ihn als Helden, die Crew der Normandy als Waffenbruder und andere als Vater, der alles für seinen Sohn tat. Obwohl sein Leben ihn an sehr dunkle Orte brachte, lagen ihm unsere besseren Seiten am Herzen. Selbst als er unheilbar krank war, rannte er durch umkämpfte Straßen, weil er wusste, dass ich Hilfe brauchte. Alle hier kennen das Resultat dieses Tages. Ein Attentäter, ein Berufsverbrecher, gab sein Leben für die Galaxie. Und jetzt kann er ruhen. Möchte noch jemand etwas sagen? Mir bleibt von Thane vor allem seine Zuversicht im Gedächtnis. Er hat mir einmal erzählt, wie er sich an alles erinnert. Auch an jeden seiner Fehler. Mich würde das seelisch ruinieren. Thane behielt es unter Kontrolle. Schon seltsam. Attentäter ist das Letzte, was ich mit Thane verbinde. Wir gaben uns gegenseitig Feuerschutz. Er war ein Partner. Thanes letzter Kampf war wichtig. Aber vergessen wir nicht, warum er die Normandy verließ. Um seinen Sohn vom Verbrechen abzuhalten. Taten wie diese werden vom Universum durchaus bemerkt. Sie heilen in allen wieder, die sie hören. Darum bin ich hier. Thane war sehr ernst. Damit war ich nicht immer einverstanden. Ich habe mehrmals versucht, ihn zum Lachen zu bringen. Aber diese scheinbare Humorlosigkeit verbarg eine große Anstrengung. Thane änderte sein Leben wie nur wenige organische Wesen. Als Thane auf die Normandy kam, wussten Kelly und ich von ihm nur, dass er uns vermutlich alle mit einem Kugelschreiber umbringen könnte. Aber wenn man ihn näher kannte, musste man keine Angst mehr haben. Er ließ einen wissen, wo man stand. Colliard, willst du... Als Kind dachte ich, mein Vater hätte alles durchschaut. Er sagte, Männer müssten loyal zu ihren Freunden und gefährlich für ihre Feinde sein. Aber als er mich davon abhielt, davon jemanden zu verletzen, hat er sich verändert. Er sagte, die Liebe sei wichtiger als Feinde und Ego. Ich wollte das nicht hören. Ich war... verloren. Ich nannte ihn einen Heuchler und warf ihn vor, er sei weich geworden. Doch er... hat er wohl wirklich alles durchschaut. Mehr kann ich nicht sagen. Falls noch jemand möchte, wir werden hier sein. Sieht aus, als würden die Leute langsam gehen. Commander, danke für diese Zusammenkunft. Irgendwann wird die Erinnerung darin gut tun. Ich weiß nicht, ob ich das so philosophisch sehen kann. Es ist noch zu frisch. Ich verstehe. Entschuldigen Sie, ich muss die Gelegenheit nutzen und mit dem Ratsmitglied sprechen. Worüber? Er ist dankbar. Und er soll wissen, dass einige salarianische Biologen dringend Finanzmittel benötigen. Wenn jemand einen Durchbruch bei der Behandlung des Kipral-Syndroms schaffen kann, dann sind Sie das. Wenn jemand dem Ratsmitglied Feuer unterm Hintern machen soll, ich bin da. Aber Ratserverlearn hat erst kürzlich die Finanzierung der Wissenschaft in Kriegszeiten in Aussicht gestellt. Die Chancen stehen gut. Oh, bevor ich gehe. Ich habe im Besitz meines Vaters Kopien von Videomitteilungen gefunden, die er Ihnen schicken wollte. Ich habe sie Ihnen gesendet. Hoffentlich ist der Nutzen größer als der Schmerz. Bis zum nächsten Mal, Commander. So, finden wir also auch noch eine Erinnerung an Thane bei uns. Und das wollen wir uns natürlich gerne anschauen. Oben mit, okay. Und ich bin gespannt. Nein, nicht die Musikanlagensteuerung. Das ist dann wahrscheinlich hier drüben mit drin, oder? Nee. Wo haben wir das denn mit? Können wir das nochmal angezeigt werden? Nein, natürlich nicht. Okay, aber es war definitiv mit dem oberen Stockwerk. Hier. Ah Mist, jetzt habe ich auch so sehen, auf die zweite gedrückt. Schreppert, falls du geantwortet hast, ich habe nichts bekommen. Wahrscheinlich wird die Kommunikation mit jemandem wie mir zensiert. Das Ironische ist, dass ich keine Gefahr mehr darstelle. Ich zahle sogar Steuern. Denn wenn ich es nicht tue, kann ich es auch nicht von Koliath erwarten. Es geht ihm besser. Er hat keine Freundin und ist je zornig. Aber er hat einen Job und macht keine krummen Sachen. Er meint es ernst mit seiner Veränderung. Sie hat ihn mehr gekostet als ein paar Freunde. Antworte bitte, falls möglich, Schreppert. Aus den Nachrichten erfahre ich nicht viel über dich. So, schauen wir uns erst nochmal die erste Nachricht dazu an. Schreppert, ich sollte dir wohl für meine Freiheit danken. Es war richtig, die Normandy zu verlassen. Es war traurig, dass unsere Crew getrennte Wege ging. Aber besser als in einem Verhörraum der Allianz Fragen zu beantworten. Offenklich geht es dir gut. Was mich angeht, ich bin in ein Apartment auf das Citadel gezogen. In der Nähe von Koliath. Mein erster Anfall hat ihn ziemlich verängstigt. Ich erspare dir die Details. Es schien zunächst dramatisch zu sein. Aber im Vergleich zum Omega Portal war es ein Kinderspiel. Jedenfalls viel Glück, dass die Allianz auf dich hört. Wir bleiben in Kontakt. Und schließlich noch die dritte und letzte Nachricht. Ich habe versucht, diese Nachricht mit einer falschen Identität durchzubringen. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Es gibt gute und schlechte Nachrichten. Die Gute ist, dass Koliath und ich ein paar Tage auf der Erde waren. Licht im Schatten ihrer Augen. Schrilles Zwitschern hört auf. Ich scanne den Boden. Zwei kleine Körper ineinander gekreilt. Verzeihung. Also, wir sahen einen wunderschönen Sonnenuntergang in New Mexico. Und einen Skorpion, der eine Grille fraß. Du hättest dabei sein sollen. Und die schlechte Nachricht. Ich wurde ohnmächtig. Koliath hat mich überredet, im Huerta Krankenhaus auf der Citadel zu bleiben. Bis auf weiteres. Ich will nicht im Krankenhaus sterben. Aber da sind nun mal die Ärzte. Und Koliath. Ich liebe ihn. Also muss ich ihm vertrauen. Lebt wohl, Shepard. Ich sage es jetzt, falls ich es später nicht mehr kann. Tja, den Rest der Geschichte kennen wir. Aber schön, dass wir nochmal einen Abschiedsgruß von Thane bekommen haben. Auch wenn er den gesendet hat, bevor wir tatsächlich den richtigen Abschiedsgruß von ihm erhalten haben. Schließlich waren wir dabei, als er gestorben ist. So, und damit kommen wir zu Samantha als nächstes. Und das soll wirklich hierbleiben? Auf die Normandy kann ich es nicht mitnehmen. Ich habe keinen Platz dafür. Das ist der Wahnsinn. Dagegen sind die Fertighäuser auf Horizon nichts. Sogar mit Whirlpool. Null zu. Danke. Oh, das ist toll. Und gut für die Nebenhöhlen. Ich brauche heute nicht mal mein Antihistamin. Ihr was? Eine Tablette. Ich bin allergisch gegen Staub. Katzen. Und reden vor Publikum. Ich habe einen Protonenpumpen-Inhibitor für den Magen. Und einen Inhalator gegen Asthma. Alter, du bist ein übstes Wrack. Ist ja Wahnsinn. Haben Sie alles, was Sie für Ihre Gesundheit brauchen? Fast. Das Einzige, was ich nicht finde, ist Sucrocapsenol. Mein Hausarzt hat es mir gegen Kopfschmerzen verschrieben. Sucrocapsenol? Das ist eine Zuckerpille-Trainer. Ein Placebo. Ach, dieser raffinierte Mistkerl. Und wahrscheinlich wirkt es jetzt sowieso nicht mehr. Da draußen steht irgendwo ein Badeöl rum. Würden Sie es mir bringen? Ja. Hier, bitte. Danke. Die Augen sind hier. Hier oben. Hey, haben Sie einen Badeschwamm? Einen Badeschwamm? Das ist Anderson's Apartment. Ich glaube wirklich nicht, dass er sowas... Hab einen. Jemand hat einen Beutel mit Waschzeug, Massageöl und... ...Girly-Kram liegen lassen. Wissen Sie, wer Kay Sanders ist? Sie kennt sich scheinbar ganz gut mit Massagestäben aus. So, so, Massagestäbe also. Na klar doch. So, damit ist der Pool frei. Mich würde mal interessieren, wenn man mit Samantha eine Beziehung eingeht, ob Shepard sich damit zu ihr hineingesellt oder wie es dann aussieht. Ist ja auch das Krasse, die ganzen Gespräche, die können ja alle noch komplett anders sein, wenn man einen anderen Beziehungsstatus zu dem jeweilchen Crewmitglied hat. Also, wie viel an Gesprächen und an Treffen hier noch mit eingearbeitet wurde, ist echt schon Wahnsinn. Ich meine, man hat nicht so viel... Man hat halt so gut wie... Doch, man hat was zu kämpfen, natürlich. Es gibt eine ganze Story mit drin, in der man kämpft. Aber dieses ganze Drumherum, was das für ein Aufwand ist, also... Vom Umfang her ist das auch das absolut größte DLC, würde ich denken. Ist ja echt Wahnsinn, was hier alles mit rauskommt. So, und schließlich noch der Anruf mit der Mutter. Hanna Shepard hier. Hi, Mom. Oh, Schatz. Es tut gut, deine Stimme zu hören. Das ist eine Überraschung. Es ist lange her. Stimmt. Ich dachte einfach, ich müsste... Ich denke jeden Tag an dich. Versuche mir keine Sorgen zu machen. Neulich sind mir die Gute-Nacht-Geschichten wieder eingefallen, die wir uns immer ausgedacht haben. Du hattest dein eigenes Schiff und eine Crew. Die Geschichten waren immer voller Abenteuer und Gefahr. Oh ja. Daran habe ich schon länger nicht mehr gedacht. Ich auch nicht. Du hast darin immer die bösen Jungs bestraft und damit den Tag gerettet. Und sieh dich an. Schon als Kind hast du von dem Leben geträumt, das du jetzt führst. Ist das der Grund, warum du mich anrufen wolltest? Nein. Du sollst wissen, dass ich stolz auf dich bin, Sohn. Wahnsinnig stolz. Danke, Mom. Ich muss Schluss machen. Ich weiß. Pass auf dich auf. Bitte. Mach's gut, mein Schatz. Ein ziemlich kurzes Gespräch dafür, dass die beiden schon wahrscheinlich ziemlich lange nicht mehr miteinander geredet haben. Aber gut. Also noch ein letztes Gespräch mit der Mutter geführt, bevor es jetzt ins richtig fette Gefecht geht. Das wir aber nicht mehr in der Aufnahmesession machen werden. Also ich denke mal den Angriff auf Cerberus und dann alles, was zum Ende hinführt, das werden wir dann in eine letzte Aufnahmesession zusammenpacken. Jetzt erstmal zurück zu Normandy. Und jetzt sollten wir doch endlich durch sein, oder? Commander? Ich glaube schon. Ich gucke nochmal sicherheitshalber. Ja. Damit haben wir jetzt auch endgültig alles vom Citadel DLC gesehen. Hoffe ich. Ist echt krass, was für ein riesiger Umfang da mit drin steckt. Und hat mir echt gut gefallen. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann richtig ins Vergnügen stürzen. Wir können ja nochmal kurz hinfahren. Da habe ich es beim nächsten Mal dann nicht so weit. Und da werden wir uns dann unweigerlich aufs große Finale zusteuern. Denn wir haben es ja schon gehört von Anderson. Ne, Hackett war es, ne? Oder Anderson? Ich glaube, Anderson war es. Das ist dann kein Zurück mehr gibt, wenn wir einmal den Unbekannten angegriffen haben. Dass wir dann keine Chance mehr haben, den Tigel zu verstecken und dann unweigerlich zur Erde müssen. Also wird es dann endgültig losgehen mit dem Finale auf der Erde. Und, äh, beziehungsweise es ist ja noch... Ist schon klar, dass es zur Erde geht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Äh, jedenfalls wird es zur Erde gehen, wenn wir dann so weit sind mit dem Tigel. Aber das schauen wir uns dann alles beim nächsten Mal an. Und vor allen Dingen freue ich mich auch schon drauf, sowohl Kai Leng als auch dem Unbekannten in den Arsch zu treten. Das wird spitze. Schauen wir uns aber alles beim nächsten Mal an. Bis dann, macht's gut und haut rein. Bis bald.